willkommen zurück bei father and son play for fun ja dann geht es hier heute auch mal mit lehrer weiter jetzt macht es die macht sich die fackel jetzt sogar schon selbst an wenn sie dunkel wird da hätte ich ja beinahe wieder was übersehen wo müssen wir überhaupt hin man weiß es nicht war hier irgendwas wieso lässt sie sich hier nicht steuern ich kann ihn nicht drehen die nur dahin egal alles klar deswegen so was mag ich ja richtig gerne müssen das zielgerät jeder wir hätten uns ja auch mal erst befreien können oder die neue ausrüstung wo ist das ding sag mal so habe ich jetzt verstanden das ist wenn man nicht genau liest ich glaube wir sind gleich hinüber hier mein gott kommen aus der dickung junge so jetzt können wir erst mal in ruhe looten man 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 dieser stress direkt am anfang hier explodiert das ding da passiert da irgendwas mit komisch naja egal kann ich hier irgendwie okay das holen wir uns auf jeden fall bisschen umgucken hier komm ich da dran komm ich komm ich komm ich Rechen wir mal hier ein bisschen die Bude ab. So, gibt es hier noch irgendwas? Das ist jetzt ja nicht so schwierig hier. Aber, geht das auch da? Kann ich eigentlich zwei Fäden ziehen, oder? Nee, das geht nicht. Gut, dann gucken wir erst, ob wir da oben oder da hinten was verpasst haben. So. Ist hier noch was? Was mache ich denn mit diesen Dingern hier? Ah, nix. Ja, aber dann gehen wir erstmal da rauf, oder? Holen uns das hier. Warum lässt die nicht los? Ja, da springe ich jetzt nicht runter. Das machen wir so. Oh, 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 oh. Ja, ah, da hinten komme ich hoch, denke ich. Oh, da ist hier noch was hinter dem Wasserfall. Nee. Dann machen wir es so. Hier liegt nix rum. Oh, alles klar. Ah, wir haben ihn wieder. So ist gut, oder? Kann man wohl sagen. Es sah so gut aus. Und dann war da dieser Sturm. Er kam aus dem Nichts. Es war nicht deine Schuld. Ich hab sie hergerufen, Roth. Hey, wir finden einen Weg. Mayday, Mayday. Hier kommt Pilot Jessop von 50N177A. Hallo? Hallo, hören Sie mich? Ich wurde schwer verletzt und brauche dringend Hilfe. Ist da jemand? Captain Jessop, hören Sie mich? Ich habe ein Rauchsignal enttündet. Bitte. Verdammt, er hört mich nicht. Ich muss zu ihm. Nein. Da ist sein Signal. Wir müssen uns um unsere Leute kümmern. Und uns sammeln, wenn wir Sam wiederhaben. Ich kann ihn doch nicht einfach im Stich lassen. Ich gehe jetzt zu ihm. Manchmal ist es notwendig, Opfer zu bringen. Du kannst nicht jeden retten. Ich weiß, was es heißt, Opfer zu bringen. Nein. Das waren Verluste. Opfer zu bringen ist deine Entscheidung. Verlust passiert dir einfach. Ich habe entschieden, ihn nicht sterben zu lassen. Was für Sprüche. So. Ah, kann ich mit dem jetzt eigentlich quatschen? Bringt mir das was? Jawohl. Lara, wenn du schon drauf bestehst, solltest du nicht trödeln. Tut mir leid, Ross. Aber ich kann ihn nicht einfach da draußen alleine lassen. Was machst du? Ich steige den Berg runter. Vielleicht finde ich die anderen. Ich kann nicht bloß rumsitzen. Geh jetzt, Lara. Je schneller du das erledigst, desto früher bist du wieder bei uns. Ich habe ein altes Scharfschützengewehr in den Ruinen gefunden. Scheiße. Es war sogar geladen. Pures Glück, was? Mal sehen, ob ich es einsatzbereit machen kann. Gut, haben wir jetzt mit ihm gequatscht. Muss ich eigentlich jedes dieser Feuer einmal benutzen. Oh, Fähigkeitspunkt. Können wir noch wieder einen vergeben. Tja. Überleben oder? Halten sie im Kampf mehr aus, um zu überleben. Das kann ich gebrauchen. So, wie lange nehmen wir jetzt auf? Keine 10 Minuten. Ja, komm. Dann bewegen wir uns mal ein bisschen in die Richtung, oder? Wo ist denn hier? Ach, da. Also, Abmarsch. Und schon geht's los. Und schon geht's los. Schade, ich wollte den Typen hier von hinten erdrosseln. Und das machen wir auch. Oh, wir wollen ja hier möglichst. Oh, ist der andere Typ uns jetzt entkommen, oder was? Ah, der ist schon weg. Wo ist der hin? Die Viecher sind so schnell hier. Da bin ich zu langsam für. Dann gucken wir mal, ob hier sonst noch irgendwas lag. Ja, klar. Beinahe was übersehen. Eine Art Mörser und Stöße. Wahrscheinlich für das Zerreiben von Heilkräutern. Okay. Und da seht ihr das Untersucher, um versteckte Informationen zu finden. Irgendwas verbirgt sich hier. Und da muss man da drehen und wenn. Und dann vibriert das hier. Und wird immer mehr. Und ich schnall's nicht. Ah! Okay. Ja, dann gab's eben noch ein bisschen EP dafür. Alles klar. Dankeschön. Ist hier so ein Zaubert. Nein. Dann wollen wir mal. Also diese Kanickel hier, ne? Also ich komme mit der Steuerung hier. Nicht so gut klar, wie ihr seht. Bin ich zu langsam. So. Ja, ja. Im nächsten Lager können wir wieder was verbessern. Oh, das müssen wir anzünden hier. Wie war das denn noch? So. Also mit der Steuerung hier hadere ich noch ein wenig. Das war knapp. Ach, da ist auch noch so eine Statue. Da. Könnte ich hier auch anzünden. Könnte ich hier auch anzünden? Yo. Komm, wir machen's mal gemütlich. Kann ich hier was machen? Also hab ich da was von, ist hier die Frage. Ah, da komm ich aber nicht rauf. Oh. Dann so. War ich hier nicht schon? Ja klar. Und da konnte ich ja hier kein Feuer machen. So war's. Und da kam ich hier ja nicht dran. So haben wir das auch. Aber da muss ich dran. Ah, also, da oben komm ich ja nicht dran. Aber. Das können wir hier entflammen. Dann. Können wir das so machen. Schwung holen. Schaffe ich das oder sterbe ich? Aber es geht. Und schon. Haben wir auch das. Wo ist denn hier? Ja, aber so weit komm ich doch gar nicht, oder? Aber da. Oh, das hier ist ja mal ne Kletterpartie heute. Oh, wo geht's denn da lang? Aha. Aha. Ah, jetzt bin ich hier oben. Aber ist das wichtig. Jetzt könnte ich da rüber springen, da hochklettern. Ja gut. Kann man auch lassen. Wir können hier später noch alles erkunden, glaube ich. Jetzt versuchen wir erst mal, den armen Kerl zu retten. Geheimes Grab, ja, ich denke hier, ne? Dann gehen wir da mal gucken. Dann gehen wir da mal gucken. Dann gehen wir da mal gucken. Das ist eigentlich auch wieder top. Einstellung hier. Kann ich auch mal Richtung Kamera gucken? Jawohl. Mal ein Bildschießen hier. So. Oh, gemütlich hört sich aber auch anders an, oder? Boah, da wird mir kalt. Sieht ja hier wie Hechtsuppe. Halle des Aufstiegs, okay. Ja, dann. Verbessern wir erst mal den Bogen. Ja. Das. Hammer, Hammer. Und das machen wir auch noch fertig. Und dann. Haben wir auch nichts mehr zu tun. Ja, dann machen wir an dieser Stelle mal Schluss. Also hier. Wo es so mega windig ist. Da geht es beim nächsten Mal weiter. Vielen Dank für euren Besuch. Abonniert bitte den Kanal. Lasst mir ein Like da. Und schreibt doch bitte was in die Kommentare. Vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Bei Father and Son. Play for fun. .